so schön der marsala kuss auf den aus six fucking und schieb hier schon im bettchen der alte mann hey willst du mich verarschen seit wann lebt denn jetzt jeder verfickte alter weil mich alle verarschen alter auf einmal alles 2000er spieler alter wo jetzt rum nehmen fix das scheiße man ok so freut man sich anscheinend wenn man 13 80er die song mit gold von my wife da ist auf weder alter auf weder alter da kommt links darf meda alter ne das maul alter wo war ich habe keine ahnung dass ich schon wieder trug aber man hat zick zack dreck spielen erst mal eine runde dem maler erst mal weg man erst mal raun die weg man ein paar sekunden später auf mit dem scheiß follow im scheiß spots jetzt aber zick zack der spack nächsten ist immer von euch fünf sekunden später ja also dann ja ja gut dann tschüssi also ohne scheiß würden würde ich in eins gegen eins fertig machen das ist so ein schlechter spieler ich weiß nicht wie der immer wohl scheiß wollen und seine bild oder das ist echt so schlecht so schlimm Wie kann man eigentlich nur so gepustet sein Auch in diesen Teamgames Rageboy Der regt sich immer nur auf Es ist so zum Kotzen Weil er immer so schlecht ist Essen Genüsslich Und dann Und dann Wird hart gesoffen Richtig marschall Da wird das Fass über meinen Kopf gestillt Und dann Na Und dann richtig Abfahrt Dann ist richtig Abfahrt Dann wird gesoffen Dann wird Party gemacht Und dann Wäre ich so gefickt Aber so richtig Bei Six und Jeep In seinem Turnier Ja im Homeoffice Cup Na Vorrunde Ich komme zusammen mit Felix Aldi Was hast du denn da von Bruder Alter Wenn Felix Aldi kommt Da brauche ich so viel Alkohol Das kannst du nicht mehr bezahlen Alter Der war ja schon eine Woche bei mir Die Antwort auf alle Sachen ist Alles immer Volz Volz Und ich war jeden Tag besoffen Und ich habe jetzt noch Panikattacken Wenn ich Felix Aldi höre Das ist der gute Ship Oh nein Diko hat ein Video hochgeladen Wo ich auch dabei bin Kriege ich auch Ja Ich habe jetzt noch 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 Ich habe jetzt noch